Die vier Verkehrtheiten der Wahrnehmung Der Buddha sprach von vier großen Verkehrtheiten der Wahrnehmung, die uns an das Rad von Samsara, das Rad der bedingten Existenz, gefesselt halten. Er nannte sie Verkehrtheiten, weil wir die Dinge in Bezug auf Glück und Freiheit irrtümlich wahrnehmen, obwohl wir meinen, sie richtig zu sehen. Ein kleines Beispiel Während eines Retreats übte ich auf dem Parkplatz des Meditationszentrums Gehmeditation, als ich sah, wie ein Vogel immer wieder sein Spiegelbild in der Stoßstrange eines Autos anflog. In der irrigen Ansicht, dort sei ein anderer Vogel. Wie oft fliegen wir in unserem Leben in irrtümliche Wahrnehmungen? Die vier wichtigen Verzerrungen der Wahrnehmung, auf die der Buddha hinweist, lauten Das Unbeständige für beständig halten Als erstes halten wir das Unbeständige für beständig. Unsere erste Reaktion auf diese Aussage mag sein, dass wir es abstreiten. Natürlich weiß ich, dass die Dinge unbeständig sind. Doch es intellektuell und gelegentlich durch Erfahrung zu wissen, bedeutet noch lange nicht, dass wir es in jedem Augenblick leben und manifestieren. Das Vorhandensein von Anhaften ist ein nützliches Feedback dazu. Es zeigt, dass wir nicht klar und tief in die unbeständige Natur dessen sehen, was erscheint. Wir denken irrigerweise, eine bestimmte Erfahrung sei es wert, festgehalten zu werden. Damit ist nicht gemeint, dass wir uns vor Erfahrungen verschließen sollten. Wir sollten sie nur nicht festhalten wollen. Das Unschöne für schön halten Die zweite Verkehrtheit der Wahrnehmung entsteht, wenn wir das Unschöne für schön halten, das Unattraktive attraktiv finden. Es gibt zahlreiche Beispiele, wie wir uns von oberflächlichen Erscheinungen zu irrigen Wahrnehmungen verlocken lassen. Die enorme Kosmetik- und Werbeindustrie zielt darauf ab, dass wir unsere menschlichen Körper als schöner und perfekter wahrnehmen sollen, als sie tatsächlich sind. Wenn wir diese Verkehrtheit der Wahrnehmung begreifen, werden wir frei, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen und verschiedene gestickte Mittel einzusetzen, um die Anhaftung loszulassen. Das bedeutet nicht, dass wir die Erfahrung von Schönheit abweisen sollen. In den Pali-Suttas preisen viele Gedichte die Schönheit der Natur und den Frieden, der in ihr zu finden ist. Auch in den Lehren des Buddha werden alle heilsamen Geisteszustände als schön bezeichnet, womit eine tiefe Wertschätzung wahrer Schönheit zum Ausdruck gebracht wird. Doch wenn uns die Lust nach einer schönen Form ergriffen hat oder wir uns in Anhaftung verwickelt haben, erinnert uns das Verständnis dieser Verkehrtheit daran, tiefer zu schauen. Der unschöne Aspekt dieser Situation wird deutlicher, wenn wir uns das Objekt näher betrachten oder uns seine wechselhafte Natur und letztlich seinem Verfall vergegenwärtigen. Das Unbefriedigende für Glück halten Die dritte Verkehrtheit der Wahrnehmung verwechselt das Leiden oder das Unbefriedigende mit Glück. Das meiste dessen, was die Welt Glück nennt, beruht auf dem Genuss der Sinnesfreuden. Wir verbringen so viel Zeit damit, nach der nächsten angenehmen Erfahrung zu suchen und arbeiten hart um das zukünftigen Genusseswillen. Doch da aller Genuss unbeständig ist, hat die Suche nie ein Ende. Wie Nasruddin eine Figur aus den Lehrgeschichten der Sufi-Tradition sagte, als er eine brennend scharfe Chili-Schote nach der anderen aß, Ich hoffe auf eine Süße. Manchmal lassen wir uns von kleinen Vergnügungen verlocken, die viel größeres Leiden nach sich ziehen. Bei den Süchten ist das ganz deutlich, doch es passiert auch im Alltäglichen. Kürzlich sah ich in einer Statistik, wie schädlich es für unser Gehör ist, laute Rockkonzerte zu besuchen oder über Kopfhörer allzu laut Musik zu hören. Doch aus irgendwelchen Gründen meinen wir, diese schädliche Lautstärke mache uns glücklich. Bei dieser Verkehrtheit der Wahrnehmung denken wir auch oft irrigerweise, das Wollen selbst mache glücklich. Haben Sie je erlebt, dass Sie Idee hatten, da gäbe es etwas, das Sie unbedingt haben oder tun müssten? Und diese Idee nimmt geradezu zwanghafte Ausmaße an und hört nur auf, wenn Sie bekommen oder tun, was Sie wollen oder das Verlangen verschwindet? Während dieser ganzen Zeit denken wir, dies bedeutet Glück, bis wir endlich aufhören, es zu wollen und die Erleichterung spüren, die damit einhergeht. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass das, was die Welt Leiden nennt, Entsagung, Mäßigung an den Sinnestoren, Stille, Einfachheit, Umgebungen mit wenig Unterhaltungswert und Ablenkungen, genau das ist, was der Buddha Glück nennt. Wegen der Leichtigkeit, der Offenherzigkeit und des inneren Friedens, die damit verbunden sind. Indem wir diese Verkehrtheit der Wahrnehmung durchschauen und aufhören, das letztlich Unbefriedigende als Befriedigung zu betrachten, entsteht die Grundlage für tiefes Mitgefühl. Es heißt, nach seiner Erleuchtung sei es Mitgefühl gewesen, das den Buddha bewegt hatte, zu lehren. Er sah all die Wesen, die nach Glück suchten, die Glück wollten und doch genau das taten, was Leiden hervorbringt. Das Durchschneiden unserer eigenen Verkehrtheiten kann Bodhicitta fördern, den Wunsch zu erwachen, um den Wesen zu helfen, wahres Glück zu finden. Das Nicht-Selbst für das Selbst halten Die letzte Verkehrtheit der Wahrnehmung hält das Nicht-Selbst für das Selbst. Wir können dies jeden Tag viele Male beobachten. Achten Sie einmal darauf, wie oft Sie sich mit Körperempfindungen oder Gedanken oder Emotionen als Ich oder Selbst identifizieren. Oder wir identifizieren uns mit dem Erkennen all dieser Erfahrungen und bezeugen damit ein Empfinden des Selbst als Beobachter. Zu den befreiendsten Aspekten der Lehren gehört die Erinnerung, dass Wahrnehmungen durch geistige Gewohnheiten entstehen, was bedeutet, dass sie auch durch Übung beeinflusst werden können. Es sollte nicht übersehen werden, dass diese Lehren die Macht haben, uns zu befreien. Der Buddha sprach von zwei Arten übernatürlicher Kräfte. Die einen sind jene, von denen Sie vielleicht schon gelesen haben. Menschen, die durch die Lüfte fliegen, durch das himmlische Auge andere Existenzbereiche sehen und Gedanken lesen können. Die meisten von uns werden diese Erfahrungen nicht aus eigenem Erleben kennen, doch vielleicht haben wir von manchen unserer Lehrerinnen und Lehrer Berichte aus erster Hand gehört. Diese Kräfte mögen faszinierend wirken, doch der Buddha hielt sie nicht für wichtig, denn bei den Unerleuchteten seien diese weltlichen Kräfte mit Anhaftung und Makeln verbunden. Die zweite Art von übernatürlichen Kräften werden die Edlen genannt, weil sie nicht mit derartigen Verunreinigungen einhergehen. Der Buddha beschrieb diese Kräfte als die Meisterschaft über die eigenen Wahrnehmungen. Diese Meisterschaft entsteht durch die Kraft der Achtsamkeit. Annalayo schreibt dazu, Zitat Training unserer Wahrnehmung Als Gegenmaßnahme zu den Verkehrtheiten der Wahrnehmung empfahl der Buddha, andere Arten der Wahrnehmung zu kultivieren. Und genau in diesem Abschnitt des Satipadana Sutta über die Achtsamkeit auf die Sinnesbereiche erfahren wir, wie wir unsere Wahrnehmung auf günstigere Weise trainieren können. Annalayo weist darauf hin, dass dieses Training nichts mit Reflexion oder Überlegung zu tun hat, sondern lediglich damit, ein bestimmtes Merkmal eines Objekts bewusst wahrzunehmen, oder anders gesagt, sich dessen bewusst zu sein, dass es aus einem bestimmten Blickwinkel erlebt wird. Wir können üben, die allgemeinen Merkmale aller Erfahrungen zu erkennen, das heißt ihre unbeständige, unbefriedigende und selbstlose Natur. Oder wir üben unsere Wahrnehmung auf eine Weise, die zu unserer persönlichen Konditionierung passt. Zur Zeit des Buddha gab es einen Mönch, der über die unschönen Aspekte des Körpers kontemplierte. Er übte fleißig viele Monate lang, ohne rechte Fortschritte zu machen. Der Buddha erfuhr davon und sah durch sein himmlisches Auge, dass dieser Mönch viele Leben lang Goldschmied gewesen war und daher ein sehr stark ausgeprägtes Gespür für Schönheit hatte. Mithilfe seiner geistigen Kräfte erschuf der Buddha einen wunderschönen goldenen Lotus, der sich langsam veränderte und schließlich zerfiel. Als der Mönch damit die Unbeständigkeit betrachtete, fand er alsbald Erleuchtung. Dem Training unserer Wahrnehmung dient auch, jene Merkmale der Erfahrungen zu erkennen, die unsere eigenen, unheilsamen geistigen Neigungen ausgleichen. Angenommen, wir tragen viel Abneigung in unserem Geist und neigen zu Reizbarkeit, Ärger und Übelwollen, dann können wir üben, die guten und schönen Aspekte der anderen zu erkennen, was zur Grundlage Vermettah und liebevolle Gefühle führt. Für Übende, die sich häufig in Lust verlieren, kann es hilfreich sein, die unschönen Aspekte des Körpers zu betrachten. Wie bereits erwähnt, befasst sich ein ganzer Abschnitt des Satipatthana-Sutta mit der Betrachtung verschiedener Stufen der Verwesung von Leichen. Die abschließende Übung dieser edlen, übernatürlichen Kraft der Meisterschaft über die eigenen Wahrnehmungen besteht darin, in Gleichmut und Gelassenheit zu verweilen und achtsam und vollständig bewusst alles wahrzunehmen, was erscheint. Bei all diesen Arten des Trainings der Wahrnehmung beruhen unsere Entscheidungen auf Weisheit und nicht auf gewohnter Reaktivität. Der Refrain Wie bei allen anderen Anleitungen des Suttas folgt auch auf den Abschnitt über die Sinnesbereiche der Refrain, in dem es darum geht, wie diese Betrachtung entwickelt werden soll. Zitat Innerlich, äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich bedeutet, wir bemerken, wie die Sinnesbereiche und alle aus ihnen entstehenden Konditionierungen in uns selbst, in anderen und sowohl in uns selbst als auch in anderen wirken. Je mehr wir unseren eigenen Prozess der Konditionierung verstehen und sehen, wie unsere Wahrnehmungen beeinflusst und von tief verwurzelten, meist unbewusst aktivierten Denkgewohnheiten gefärbt sind, desto mehr verstehen wir, wie andere Menschen zu ihren eigenen Ansichten gelangen. Das unterscheidet sich sehr davon, an unseren eigenen Ansichten und Sichtweisen anzuhaften. Meditationsretreats machen uns immer wieder demütig, weil wir dabei so unmittelbar den Umfang und die Tiefe unserer eigenen geistigen Prägungen erkennen. In der Öffnung dafür können Bescheidenheit und Großherzigkeit entstehen. Also betrachten wir die Sinnesbereiche innerlich, äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich. Wir betrachten auch das Entstehen und Vergehen der Erfahrung in den sechs Sinnesbereichen. Am leichtesten können wir dies bei der Unbeständigkeit der Sinnesobjekte beobachten. Anblicke, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, Empfindungen und Gedanken. Mit etwas mehr Aufmerksamkeit bemerken wir auch die Unbeständigkeit der Sinnesgrundlagen selbst. Die Betrachtung des Entstehens und Vergehens der Phänomene ist auch das Tor zum Erkennen der anderen Merkmale. Indem wir die Unbeständigkeit der inneren und äußeren Erscheinungen erleben, begreifen wir zugleich ihre unbefriedigende und selbstlose Natur. Der Buddha beschließt den Refrain dann mit den Worten, Zitat Genau so verweilt er hinsichtlich der Dammas, Dammas in der Form der sechs innerlichen und äußerlichen Sinnesbereiche betrachtend. Mitgefühl und Liebe sind keine bloßen Luxusgüter. Als die Quelle von innerem und äußerem Frieden sind sie grundlegend für das Überleben unserer Spezies. Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama Untertitelung des ZDF für funk, 2017